Guten Morgen Jungs, habt ihr mich schnarchen gehört? Das kann man doch nicht mehr so machen. Okay. Konnten deine Mitmenschen ein Auge zukriegen? Wir sind jetzt wieder am Arbeiten, Video hochladen zum dritten Mal. Ich hoffe das klappt endlich mal und auch Jana, ich glaube Jana jetzt wünschen wir. When it gets dark, we're fallin' for tonight, under the moonlight chasin' for his life, if I'd ask you, do you think you want to, just say yes without feeling like you got to. Freunde, heute ist so'n Tag, da ist noch nicht so viel passiert, heute ist eher so'n Collaboration Day. Mein Tag bestand im Prinzip aus 6 Stunden, versuchen ein Video hochzuleiten, jetzt ist es bei 68% und dann kommt Isa und sagt, ich muss die Scheiße abbrechen. Wir sind einfach am Arsch der Welt, das ist super schön, ja, aber das Internet, das ist kacke. Chris? Ja. Drohne fliegen? Auf jeden Fall. Nice. Ciao. Als autour z Kelsey Ganz Erst Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights, paint the skies All because of you Dripping lights, paint the skies Only you can make me move You, you, you can make me move Freunde, heute war nicht allzu viel los Wie ihr seht, ich bin schon dabei, Material rüberzuladen Es ist nicht so viel zusammengekommen Und morgen geht's los auf einen Bootstrip Da fahren wir erstmal wieder ewig hin Fahren dann sogar rüber nach Südafrika Bedeutet, das ist eigentlich nicht nur ein Roadtrip Namibia Sondern auch so ein bisschen Südafrika Und das wird sehr interessant, weil wir können unseren ganzen Stuff nicht mitnehmen Sondern nur einen kleinen Teil davon Und deswegen müssen wir gut packen Und momentan ist einfach mein ganzer Stuff hier einfach ausgebreitet Weil ich die ganze Technik raussammeln muss, was ich brauche Ich bin hier schon dabei, die Akkus für die Drohne aufzuladen Und hier liegt auch noch Scheiß rum Hier liegt überall Scheiß rum Und parallel bin ich am Schneiden von Videos Habt ihr ja schon in den letzten Vlogs gesehen Alter Verwalter Ich hab jetzt wirklich schon irgendwie drei, viermal versucht Mein YouTube Munich Vlog hochzuladen Und es hat nicht funktioniert Es dauert viel zu lang Ich beende hier den Vlog für heute Wenn noch was Besonderes passiert Kriegt ihr es natürlich noch zu sehen Ansonsten vielen lieben Dank Freunde, wenn ihr mich unterstützen möchtet Dann abonniert gerne den Kanal Und gebt einen Daumen hoch Herzlichstes Dankeschön von mir an euch Ihr seid der Hammer Und das meine ich genauso, wie ich sage Vielen lieben Dank Und jetzt Habt einen schönen Tag Wir sehen uns im nächsten Vlog Peace and out Wir sehen uns im nächsten Mal Bis zum nächsten Mal